hallo liebe leute und herzlich willkommen zur neuesten pop show und wir fangen gleich mit etwas an was ich euch glaube ich schon gezeigt habe aber nicht mit dem glam shot denn es gibt ein t-shirt bundle für jurassic park mit einem raptor und dieser raptor ist natürlich das clever girl aus dem ersten jurassic park und er ist halb translucent der raptor ja das sieht ziemlich krass aus ziemlich genial muss ich ehrlich sagen gefällt mir richtig richtig gut und auch das t-shirt ist sehr sehr schön ja leider gibt es die t-shirt bundles irgendwie nie in meiner größe und vor allen fallen die t-shirts auch kleiner aus als die die damals in den collectors co boxen drin waren dementsprechend ist das ein bisschen nicht so gut teilweise ein bisschen schade drum wenn man dann nicht mehr ganz reinpasst aber es ist ein sehr schönes t-shirt bundle der pop sieht fantastisch aus ich finde der karton diese box sieht fantastisch aus also da kann man viel mal sehr viel freude dran haben so dann gab es was neues hier big apple exclusive oder so auf jeden fall irgendwas mit apple da wurde was angekündigt erstmal schön ausgeschwärzt ein neuer dc charakter und ihr seht schon black adam ja es ist black adam und das ist super und den gibt es dann halt in dieser variante ist er dann auch glow in the dark nicht das heißt er leuchtet im dunkeln und das seht ihr jetzt dann im prinzip hier na so sieht das dann aus wenn er dann im dunkeln leuchtet die augen und diese blitze leuchten das ist ziemlich cool also der pop sieht fantastisch aus na für dc fans auf jeden fall eine sichere sache würde ich mal behaupten die werden da ihren spaß dran haben bin ich ziemlich sicher ja was haben wir als nächstes wir haben einen pop zu the office eine blonde frau die eine katze trägt wo ich nicht weiß wer das ist warum weiß ich das nicht weil ich die office nicht geguckt habe ich bin stromberg-fan das heißt also ich kenne die deutsche variante dieser serie aber die beiden die englische oder die us amerikanische variante kenne ich tatsächlich nicht nur so aus memes weniger aus der serie selbst habe halt nie was davon geguckt bis jetzt nicht dazu gekommen auch nicht so das interesse gehabt irgendwie keine ahnung ich weiß auch nicht warum ist manchmal manchmal ist das so deswegen weiß ich nicht was das für ein charakter ist sie hält auf jeden fall eine ziemlich niedliche katze in der hand das ist schon mal ganz cool only at gamestop in den usa wahrscheinlich dann in deutschland auch aber das werden wir dann sehen dann haben wir eine ellie von the last of us part two die habe ich glaube ich auch schon gezeigt nur auch das ist jetzt erst mal der offizielle glam shot dementsprechend noch mal in schön na das ist eine feine sache das spiel kommt ja jetzt auch bald raus irgendwie oder ist schon weiß ich gar nicht müsste jetzt bald keine ahnung heute ist die show der der wo ich ganz oft keine ahnung sage denn es geht nämlich auch direkt weiter mit diesem pop hier zu fairytale und auch da habe ich gar keine ahnung wer das ist fairytale nicht geguckt ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen ich weiß es nicht ich weiß es doch einfach nicht wer soll das sein auch das ist ein exklusiv und wo das genau exklusiv ist weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weil ich gerade bei einem sticker unsicher bin ist das ich habe es echt vergessen ich weiß nicht wo es ist ja toll ne gute show heute ja dann haben wir hier red hood vs deathstroke das ist ein px previews exklusiv doppelpack das sieht hier auf dem glam shot richtig cool aus aber wenn du das als 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 figur in der box hast sieht es ein bisschen merkwürdig aus weil es halt sehr simpel gestaltet ist so ohne hintergrund wirkt das doch etwas langweilig werdet ihr dann sehen wenn ihr euch das hinstellen wollt das ist ja auch wieder eine sache wo die fans auf jeden fall ihre freude daran haben werden feines ding ich brauche sowas nicht zum glück bin ja ich sammeln ja marvel und die sie eigentlich gar nicht mehr das ist ja ja wir haben einen pop zu neon genesis evangelion den haben wir auch schon mal gesehen das ist jetzt irgendwie ein re-release oder ein zweiter release irgendwie in bloody oder so oder der kommt jetzt halt bei einem bestimmten shop raus ich weiß auch immer dass der schon mal gesehen gesehen wurde vor der weile ist also nichts ganz neues aber sieht auch fantastisch aus das ist wirklich was wo ich sage boah geil 6 zoll pop richtig schick dann in bloody gefällt mir gut also da werden fans auf jeden fall spaß daran haben definitiv so dann kommt wieder was wo ich gar keine ahnung von habe das ist nämlich die nfl und was ich jetzt positiv bemerken muss ist wow es sind ja mal neue posen mit dabei das ist ja was feines nicht immer dieselben alten posen die pops sehen ein bisschen anders aus als die letzten nfl pops ich finde das immer schrecklich bei sport pops wie billig und einfach sich das funko macht indem sie halt einfach eine pose hat oder zwei posen und dann einfach nur anders lackiert das ist auf dauer natürlich nicht sinn der sache na ja cool cool würde ich es finden wenn man hier die hüte noch abnehmen könnte die hüte die helme natürlich die helme kann man jetzt so in dem step natürlich nicht na da kommen halt diese sechs hier in diesen posen und ihr seht schon auch hier wurde wieder im prinzip ja gibt es zwei posen oder drei drei posen und die wurden dann einfach fleißig ausgetauscht und es gibt noch die kollegen hier auch da weiß ich nicht was für welche sind keine ahnung und auch da ist es halt so genau diese selben drei posen sind wieder gemacht worden ich glaube inzwischen hat mal so fünf oder sechs verschiedene posen bei den nfl pops da ist ja schon mal was aber schön wäre es halt wenn man sich seine mannschaft aufbaut dass alle unterschiedlich aussehen bei den fußballpops ist noch schlimmer da gibt es irgendwie noch nicht mal wirklich fußballspielende nur bei den mädels beim damenfußball da wird gespielt beim herrenfußball wird nur posiert ja denkt man rüber nach so dann kommt das nächste cash grab ding schon ein bisschen gemein ist ein bisschen gemein aber es ist halt wirklich es kommt einem halt auch wirklich so vor entweder gehen franco die ideen aus oder das ist halt irgendwas wo irgendeiner sitzt und denkt boah das ist so schlau das machen wir da können auch mal richtig geld aus den leuten raussaugen wenn das denn die intention ist ich meine weiß ich nicht dass ihr seht es hier die aliens aus toy story in einer remix variante wo sie dann andere charaktere aus aus dem pixar universum darstellen und das ist ja es sieht ja nett aus also der russell sieht nett aus der karl das geht und der was leid ihr sieht auch fantastisch aus irgendwie aber es ist halt wieder mal so hey was machen wir wir brauchen was für disney fans ja komm mach mal hier so remix das kaufen die garantiert ist niedlich es gibt noch so viele disney filme die keine pops haben es gibt noch so viele disney charaktere wo es keine pops zu gibt warum macht ihr hier sowas remix mäßiges weiß ich nicht ich finde das ist einfach unnötig das ist einfach zu viel auch und ihr verärgert langsam die fans und das ist halt etwas was man eigentlich nicht will weil wenn man sein kern publikum hat irgendwie verärgert und die dann nichts mehr kaufen dann geht es euch auch nicht besser das heißt haltet euch lieber daran coole neue charaktere zu machen und vielleicht mal neue moles ich mein gut das sind natürlich jetzt mal neue moles na das muss man ja sagen na das ist schon was besonderes aber und es ist auch irgendwie niedlich aber es ist halt wieder so ja weiß ich nicht keine ahnung was kommt als nächstes stitch in noch mal dasselbe mit stitch in sämtlichen variationen stitch remix alles dasselbe noch mal mit stitch da könnt ihr sogar wahrscheinlich teilweise teile noch mal neu benutzen ihr seht auf dem nächsten bild schon ein bisschen was was es da noch so gibt da gibt es dann auch noch eine dori wo ich habe gesagt wieso dann was wie ist das sieht doch voll dumm aus oder keine ahnung ist ich weiß ich nicht es ist einfach ich finde das packungs design ganz witzig mit dieser klaue oben das gefällt mir gut oder schaut mal hier der wally das wird dann wohl irgendwo ein exklusiv werden das ist doch war was soll das denn bitte schön ja keine ahnung das finde ich sieht super schräg aus und das ist einfach irgendwo an einem punkt angekommen wo ich sage nee das das muss man auch nicht da muss man sich echt mal überlegen was man da machen will also ich bin gespannt wie ihr disney sammler das findet und ob ihr euch die alle hinstellen wollt oder ob ihr sagt nee jetzt geht frank oder echt mal mit zu weit weil bis jetzt hatte man so den eindruck bekommen dass viele viele leute das sehr seltsam finden dass die jetzt rauskommen so funkovers haben wir auch noch was und zwar gibt es da ein game of thrones spiel zu funkovers das artwerk vorne drauf ist wieder mal fantastisch gelungen das gefällt mir richtig gut die figürchen sind wie gesagt ein bisschen kleiner als normale funko pops und haben so löcher in den händen da können sie halt sachen reinstecken in diesem falle wahrscheinlich so diesen diesen ja diesen dolch aus aus glas beziehungsweise aus eis das funktioniert oder hier drachenglas sieht schön aus spielt sich wahrscheinlich genauso wie all die anderen spiele die spiele spielen sich irgendwie ziemlich gleich so wie ich das verstanden habe ist halt immer dasselbe spielprinzip und an sich ganz nett so was ich finde so was halt kurzer auch zum hinstellen wegen der optik der box also das gefällt mir sehr sehr gut es gibt auch noch zwei weitere neue spiele die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen da haben wir glaube ich auch schon darüber geredet ist einmal back to the future gibt es ein spiel mit mit zwei schönen kleinen pops dabei das sieht super aus und es gibt ein spiel zu jaws und das finde ich sehr geil weil jaws ist natürlich ich liebe jaws das wisst ihr vielleicht da bin ich großer fan von und in diesem falle ist das noch eine besonderheit dann bei jaws das seht ihr hier auf dem bild scheint es eine chase variante dieses spiels zu geben und das ist dann wieder was da kriegen sie die sammler ja wieder mit mit dran wenn es dann chase varianten gibt in diesem fall ist es halt wieder mal so dass der der bruce der hai dass der dann blutig ist am mund ja und deswegen ist er dann der chase das finde ich witzig also das ist wirklich eine witzige sache cooler ist noch gefunden wenn sie den hai so gestaltet hätten dass er den quint fressen kann der ist nämlich auch noch mit dabei ist das quint ja das ist quint das wäre noch mal so eine ecke geiler gewesen oder dass man dass man quint und sein boot beispielsweise gemacht hätte das wäre auch witzig gewesen so dass man dann noch so ein kleines boot hätte dass das wäre ziemlich ziemlich krass und cool gewesen so ist es halt wieder mal eine witzige idee ich finde das cool dass der high halt auch nur so halb ist das hätte man bei dem pop auch so umsetzen sollen das fände ich witzig das hätte ich gut gefunden wenn sie es beim pop auch so gemacht hätten haben sie aber nicht na bruce sieht halt anders aus als als high ist er halt komplett man hat nicht versucht das ikonische poster nachzuahmen dementsprechend bisschen schade also aber hier ist es halt so und da überlege ich mir tatsächlich ob ich mir das holen soll nur um es mir hinzustellen und ich da die chase variante kriege umso besser muss ich mal gucken weiß nicht wie seht ihr das findet ihr die fangverse spiele toll ab in die kommentare damit so dann kommt das nächste ding was ganz interessant ist das ist wieder packa packa das sind ja diese automaten ich habe euch das ja auch schon mal in einem video von der spielware messer vorgeführt wie die funktionieren na und die sollen ja jetzt eigentlich vielleicht verschiebt sich das noch ein bisschen in den nächsten monaten auch mal in die geschäfte kommen auch in deutschland es gibt da eine initiative dass da sowas auch nach deutschland kommt das wurde versprochen ein stück weit und dementsprechend wird es wohl auch dann irgendwann hoffentlich passieren natürlich überall das ist sehr begrenzt und mehr darf man da glaube ich auch noch nicht erzählen aber sie kommen und da könnten dann halt auch diese drin sein das sind die cloudcats alles katzen die so ein bisschen aussehen wie wolken oder wie sonnenstrahlen und so weiter und so fort ziemlich witzig einige sehen ganz 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 knuffig aus gefällt mir sehr sehr gut ist ein bisschen so anleihen bei der cheshire cat das ist irgendwie ganz nett gemacht und da werden wieder viele sammler dabei sein die sie alle haben werden wollen 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 würden wollen jawohl ja dann haben wir noch wieder neues launch flight zeug und wo ich gerade schon cheshire cat sagte wir sind natürlich bei alice im wunderland da gibt es rucksäcke und und kleine pausches und und weiß nicht brieftaschen oder wort auch immer die halt die motive aus alice im wunderland von disney einfach drauf haben der matt hetter rucksack oder was das sein sieht ziemlich geil aus ja launch fly mir wurde gesagt es gibt eine große launch fly community die sich aber in der funko pop community etwas zurückhält ja schönen grüß an euch wenn ihr launch fly fans seid super sache ich finde die sachen auch witzig aber ich renne nicht mit seinem rucksack rum logischerweise könnt ihr euch vielleicht vorstellen so zu guter letzt haben wir noch etwas ganz besonders tolles das gibt es bei amazon amazon.com ist das exklusiv und das ist dieses mickey maus irgendwie hier die die magie beibehalten oder so und da sieht man halt wie die erste mickey maus die zweite mickey maus malt dann mal die zweite mickey maus die 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 phantasia mickey maus also den sorcerer mickey und so weiter und so fort und das ist dann halt da schließt sich dann irgendwo der kreis das ist so ein fünferpack das so zusammen gehört das ziemlich genial kann man bei amazon.com bestellen ich weiß gar nicht ob es nach deutschland geliefert wird wahrscheinlich schon und wenn ich dann zum spätestens irgendwie wenn es dann re-release gibt dann auf jeden fall meistens geht das ganz gut und wenn dann kommt das notfalls auch wahrscheinlich hier noch irgendwo raus denke ich mal würde ich mal behaupten ja finde ich eigentlich ziemlich schick also das gefällt mir auch sehr sehr gut und für disney fans ist das auf jeden fall was ziemlich cool ist auch wenn es schon wieder viele mickeys sind aber das ist was besonderes wieder finde ich das ist etwas was so geschichte hat das war's von mir für heute von der pop show ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß dabei schaltet gerne auch beim nächsten mal wieder ein oder schaut euch eins meiner reviews an das wäre doch mal ganz nett irgendwelche reviews die ich auf dem kanal habe ja wie wäre es damit das hilft mir sehr und ansonsten auch schönes unboxing gucken macht ja auch mal spaß oder irgendwelche anderen tolle videos sabbelstunden was es da so alles gibt einfach mal reinschauen könnte sein dass ihr spaß dabei hat vorsicht also wir sehen uns beim nächsten mal macht es gut ich bin raus bis dahin